Hallo, mein Name ist Juga und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal zusammen mit Sandra. Hi Leute! Das ist krass, der Badewanne. Ihr seht schon, dass Sandra und ich hier zusammen in der Badewanne sitzen und wir haben jeder eine Flasche Wasser und werden nun gleich einen großen Schluck Wasser trinken, das Wasser in unserem Mund behalten und Jule... Dadadadam! Hallo! Hi! Jule sitzt hinter der Kamera und liest Flachwitze vor oder irgendwelche anderen Witze oder keine Ahnung was, irgendwas worüber wir lachen müssen und wer lacht? Digga, jeder kennt die Lärm- und Nicht-Lachen-Challenge-Alter. Ja, ja, wir fahren an. Das geht nicht! Was essen Autos am liebsten? Was ist groß, grau und gut? Was ist groß, grau und kann telefonieren? Ein Telefant. Oh, nicht schlecht. Ein paar Sekunden später. Das heutige Instagram-Shoutout bekommt übrigens LVST-Luca. Sie hat diesen sehr nicen Vergleich von Sandra und einer Person aus Star Wars hochgeladen. Also, falls ihr im nächsten Video von mir ein Instagram-Shoutout bekommen wollt, dann verlinkt addlaserluka auf euren Bildern. Wie nennt man den Flur eines Iglus? Eisdiele. Okay, ich fand's lustig. Wie nennt man einen dicken Schriftsteller? Kugelschreiber. Was machen zwei wütende Schafe? Sie kriegen sich in die Wolle. 12 Sekunden später. Ich hab's für den Fuß. Wo leben die meisten Gespenster? In Budapest. Es ist so kalt, Alter. Wie erkennt man eine männliche Schokolade? Männliche Schokolade? Was stört auf dem Fußballplatz? Das Faultier. Das war sie, Alter. Ich hab mal vor, irgendwelche Lehrer von uns schauen sich hin und denken, ich so, ah, das macht Luca Sandra jetzt, also nach der Schule. Was haben Elektriker in der Hose? Einen kurzen. Wir werden gar nicht gut duschen gehen, davor müssen. Genau. Was sitzt im Baum und weint? Eine Heule. Okay. Polizeikontrolle. Polizist. Sorry. Das ist so schwierig, die anzugucken. Ich. Polizist. Haben Sie Restalkohol? Autofahrer? Nö. Alles aufgetrunken. Ich sitz im Wasser. An der Stelle wünschen wir uns dann noch nicht, dass solche Videos auch beenden. Wenn es euch gefallen hat und ihr ein Teil 2 davon haben wollt, dann lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal, falls du noch keinen Teil der Lüge hast. Aber nein! Abonniert nur meinen Kanal. Nein, jetzt hast du eine Schnauze! Dian. 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 Bis zum nächsten Mal.